Hallöchen, ich bin Sanita Pleiding, hallo zum Tryout Tuesday, ich probiere verschiedene Hacks aus und ich versuche jetzt aus diesem Luftballon eine Handyhülle zu machen für mein Handy, weil für mein Handy finde ich einfach keine schönen Handycovers und deswegen probiere ich jetzt damit. Okay, Versuch 1, ich probiere es noch einmal. In dem Video geht es aber. Nein, was ist denn das für ein Fail? Okay, alle guten Dinge sind drei. Okay, in diesem Hackvideo schaut super easy aus, aber das geht leider nicht. So, okay, ich probiere es noch einmal aus, weil das kann ja wirklich nicht ernst sein. Ich will eine rosarote Handyhülle haben, also ganz wenig Luft rauslassen und fest reindrücken. Ich reiß euch gerade so, ich komme mir vor, als wäre ich ein Klo. Ach Gott, so schwierig habe ich noch nie ein Handycover bekommen. Bitte, lieber Gott. Oh Gott, ich zitter auch schon voll. Jetzt, 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 jetzt. Wie cool, Gott sei Dank habe ich es mal probiert. Wie stylisch ist das?